Guten Morgen Studentinnen und Studenten, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrer zweiten Bestandesbeschreibungsübung. Wir haben jetzt den 17. April, das ist ein sogenannter Frühjahrsaspekt, das heißt die Vegetation entspricht so dieser Zeit, in der das Laub noch nicht ganz aufgegangen ist. Wir befinden uns hier im Stadtwald Rottenburg, Distrikt Römisch 1, im Revier Forstrevier Rottenburg Nord, Abteilung 16c. Zur Orientierung, wir sind im Bühlertal, etwa 100 Meter vor der Bühlertalhütte, wo wir uns schon mal im Oktober getroffen haben und dort oberhalb des Weges, also auf der westlichen Seite. Wie schon neulich bei der anderen Übung, die Einführung der Charakterisierung lassen wir zunächst offen. Das kommt dann zum Schluss erst, wenn wir die Fakten zusammengetragen haben. Solange wir im Rammert Übungen machen, sind Angaben zu Wuchsgebiet, Wuchsbezirk, Regionalwald und Klimatönung und Niederschlag immer gleich. Also ganz kurz deswegen nur, Wuchsgebiet Neckarland, Wuchsbezirk Rammert, Regionalwald, Submontaner Buchen-Eichenwald, Jahresdurchschnittsniederschläge 800 mm und Klimatönung subkontinental. Da wir hier sehr tief sind, kann man auf jeden Fall sagen, dass die Jahresdurchschnittstemperatur etwa 9 Grad Celsius ist, also etwas höher als die Klimamessstation. Und jetzt kommen wir zu den individuellen Angaben zu diesem Standort. Es handelt sich hier um einen ganz schwach geneigten Ostunterhang. Das ist wichtig wegen Wasserhaushalt und Strahlungshaushalt. Die Höhenstufe ist hier Cholin und wir befinden uns hier auf etwa 360 Meter über NN. Wir haben jetzt hier die erste ökologische Situation. Ich möchte beginnen mit dieser Pflanze, die Sie vielleicht schon kennen. Es ist das Wiesenschaumkraut, Cardaminae pratense. Die tragen wir jetzt mal als erstes ein in unser Formular Wiesenschaumkraut. Und diese Pflanze ist in der Binsengruppe. Also rechts unter ökologischer Artengruppen tragen wir einfach Binsen ein. Wie der Name Wiesenschaumkraut schon sagt, braucht diese Pflanze viel Licht. Sie kommt aber nicht nur im vollen Licht, sondern auch im Halblicht vor. Und jetzt Mitte April ist das Laub noch nicht entfaltet. Und wenn wir später mal in die Kronen schauen, werden wir sehen, dass das Kronendach locker licht- bis lückig ist. Also es fällt viel Licht ein. Und deswegen kommt die eben auch im Wald vor. Hat blassrosa, deutlich geäderte Blütenblätter. Ja, und ist etwa 20 bis 30 Zentimeter hoch. Dann direkt daneben haben wir einen alten Bekannten, nämlich diese Pflanze. Es ist die europäische Haselwurz, Acerum europeum. Die tragen wir jetzt in die nächste Zeile ein, weil die in einer anderen Gruppe ist. Also Haselwurz ist in der Bingelkrautgruppe unverwechselbar, denn das Blatt ist nierenförmig und zudem ganzrandig und auf der Oberseite speckig glänzend. Wenn Sie es aus der Nähe betrachten, werden Sie sehen, dass es noch kurz abstehend behaart ist. Die Blüte ist unscheinbar in Bodennähe direkt hier zu sehen. Die Früchte werden später durch Ameisen verbreitet. Und dann wiederum ein klein bisschen weiter haben wir hier eine sehr, sehr häufige Pflanze. Das ist das Buschwindröschen, Anamone nemerosa. Tragen wir wiederum in die nächste Zeile ein, weil sie wiederum in einer anderen Artengruppe ist. Buschwindröschen ist in der Flattergrasgruppe. Blüht weiß, manchmal rötlich überlaufen. Ist aber dann dieselbe Art, nur eine andere Farbvariante. Und das ist ein sogenannter Frühjahrsgeophyt. Das heißt, diese Pflanze nutzt auch jetzt das Licht zur Assimilation und auch zur Blüte. Wenn wir in einem Monat hier wieder hingehen würden, dann wären die Blütenblätter abgefallen, die Früchte würden sich entwickeln und die Blätter sind fahl, bräunlich. Aber die Pflanze lebt weiter mit Knollen im Oberboden, mit denen sie überdauert bis zum nächsten März, April etwa, wenn die Blüte wieder anfängt. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter rumschauen, haben wir hier eine Pflanze mit auch einem nierenförmig deutlich kleineren Blatt. Das ist das Frühlingsscharboxkraut, Ranunculus ficaria oder Ficaria vernus. Und das tragen wir wiederum in eine neue Zeile ein, nämlich, weil das in einer anderen Gruppe ist. Wir lassen aber jetzt mal eine Zeile frei, weil erfahrungsgemäß in der Flattergrastgruppe sehr viele Vertreter sind. Also in die übernächste Zeile tragen wir rein Frühlingsscharboxkraut und die ist in der Leichensporngruppe. In der Leichensporngruppe sind viele Frühjahrsgeophyten zusammengefasst, tendenziell aber mit hohen Basenansprüchen. Bevor wir jetzt weitermachen, noch eine ganz wichtige Bemerkung. Wir dürfen Pflanzen zur Charakterisierung des Standorts niemals auf eine Rückegasse sammeln, weil die Rückegasse ja verdichtet ist und sagt dann nichts aus über die eigentlichen Verhältnisse und ebenfalls nicht in Wegnähe, weil durch das Wegebaumaterial, durch Staub, der aufgewirbelt wird, die Verhältnisse verändert werden. Also hier sind wir mitten im Bestand, weit weg vom nächsten Weg, weit weg von einer Rückegasse und damit charakterisieren wir wirklich hier den Waldstandort. Das ist jetzt das Frühlingsscharboxkraut im Blühnenzustand, schön dottergelb. Zu diesem Zeitpunkt sollte man die Blätter nicht mehr essen, ist dann schwachgiftig, noch etwas bitterer, aber die Masse der Blätter sind jetzt eben noch nicht im Blühnenzustand und dieses ist so eine aus Nichtblühnenzustand, das kann man also essen. Es wäre jetzt überhaupt die richtige Jahreszeit, um sich einen leckeren Salat zu machen. Gerade hier im Bühler Tal finden wir jede Menge Bärlauch, wir finden eine Lauchräderich und eben diese Pflanze und für all diese Pflanzen gilt am besten vor der Blüte sammeln und dann mit einem guten Dressing einen schönen Frühlingssalat daraus zu machen. Wir haben jetzt hier direkt nebenan vier verschiedene Grasarten, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Ich fange an mit dieser Art, das ist die Flatterbinse, Juncus effusus. Die tragen wir jetzt ein, in die erste Zeile, hinters Wiesenschaumkraut, Flatterbinse, denn diese Art ist ja namengebend für die Binsengruppe. Alle Binsen, auch die ganze Familie der Binsengewächse, die Junca C, zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen runden Spross haben, der markgefüllt ist, also nicht hohl wie die Süßgräser und keine Knoten, keine Verdickungen haben. Dieses hier ist ganz glatt glänzend. Der Name Flatterbinse kommt daher, dass die Blütenstände so vier Zentimeter herausschauen später im Jahr und im Wind flattern. Das ist jetzt noch nicht zu sehen. Es gibt verschiedene Binsenarten und diese hat einen ganz einfachen, vielleicht etwas dummen Merkspruch, je glatter, desto flatter. Das heißt, die Flatterbinse ist glatt glänzend, während zum Beispiel die Knäuelbinse rau und matt ist. Direkt daneben haben wir hier die Waldsäge, Carex Silvatica und die ist wiederum in derselben Gruppe. Wald-Säge. Alle Sägen haben einen dreikantigen Stängel. Die Blätter sind gekielt und gerade diese Art ist springbrunnenartig wachsend im Habitus, also überhängend, etwas gelblich-grün und die Blätter sind vier bis fünf Millimeter breit. Auch jetzt können wir hier um die Jahreszeit noch nicht den Blütenstand sehen, aber so im Mai etwa kommt der raus, vor allen Dingen auf lichten Verhältnissen. Und wiederum ganz in unmittelbarer Nachbarschaft hier ist ein Gras, das wir auch im letzten Herbst schon mal gesehen haben im Bühlertal, nämlich die Rasenschmiele oder auch Stresemanngras, die Champsia cespitosa und die ist ebenfalls in der Binsengruppe. Also tragen wir da oben rein Rasenschmiele und damit ist die Zeile auch schon voll. Wir haben jetzt also hier drei Vertreter aus drei verschiedenen Familien. Die Binse gehört zu den Binsengewächsen, Junkerzehe, die Säge, die Waldsäge zu den Sauergräsern, zu den Zypererzehe und die Rasenschmiele zu den Süßgräsern, zu den Poerzehe. Also das sind systematisch nicht sehr nah verwandt, aber ökologisch haben sie sehr ähnliche Standortsansprüche und eben auch ähnlich wie das Wiesenschaumkrott, das wir vorhin schon gesehen haben. Noch ein Detail zu der Rasenschmiele. Das Blatt ist so drei bis vier Millimeter breit, rau. Wenn Sie mit den Fingern über den Blattrand streichen, merken Sie, dass es raus entgegen der Wuchsrichtung. Wenn man es gegen das Licht hält, sieht man die Leitbindel wie Notenlinien parallel. Deswegen ist auch ein inoffizieller Name das Notenliniengras. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter schauen, sehen wir hier vorne die Beharte oder H-Heinsimse, Lutzula pilosa. Ein anderer Name für diese Grasart ist auch die Frühlings-Heinsimse, weil sie eben jetzt um die Jahreszeit schon blüht. Die Blütenästchen zeigen schräg nach unten teilweise, teilweise nach oben. Das unterscheidet sich von anderen Heinsimsen-Arten. Die Blätter sind einen halben bis ein Zentimeter breit und wie die meisten Heinsimsen ist sie schwach, weiß, abstehend behaart. Die ist jetzt in einer anderen Gruppe, in einer ganz anderen. Deswegen tragen wir die in eine neue Zeile ein. Also H-Heinsimse und die ist in der Drahtschmielengruppe. Also hinten einfach Drahtschmiele eintragen. Drahtschmielengruppe bedeutet ja schwach-sauer. Wieso ist es hier vielleicht schwach-sauer? Das könnte ein Relikt sein von jahrhundertelanger Waldweide, Streunutzung und vor allen Dingen, wir kommen noch zu den Baumarten, aber Sie sehen es, hier sind Eichenblätter dabei und Eichenblätter sind oft etwas gerbsäurehaltig, sodass sie also zu einer leichten Versaurung des Bodens beitragen. Aber es gibt hier nur vereinzelt diese Art, deswegen darf man sie auch nicht überbewerten. Und das war es, dann kann man sie sich über den Mästig und der Mästig und der Mästig. Und das war es, der in der Mästig und der Mästig und der Mästig. Aber dann geht es, dann können wir uns in der Mästig und der Mästig und der Mästig. Untertitelung des ZDF, 2020